Natürlich ist mein Ziel, hier irgendwann einen Stammplatz zu bekommen. Mir geht es zum Glück sehr gut. Also ich habe die Erkrankung gut überstanden. Als ich wieder rausgekommen bin aus der Quarantäne, haben wir auch noch ein paar Tests gemacht. Das Herz kontrolliert, die Lunge kontrolliert und die Tests sind auch alle gut ausgefallen. Und ja, natürlich war man durch die drei Wochen Quarantäne konditionell ein bisschen hinterher, aber das gleicht sich auch wieder aus. Also es war jetzt erstmal nach einer Woche, die ich wieder im Training war, gab es da die Untersuchung. Und ich bin immer noch im engen Austausch mit den Ärzten. Und das wird dann ja, wenn ich irgendwas merke, dass es mir irgendwie nicht gut geht oder irgendwie Veränderungen spüre, dann wird das auf jeden Fall irgendwie nochmal kontrolliert. Und generell als Spieler versuchen wir ja schon sehr, sehr stark darauf zu achten, dass wir uns jetzt nicht großartig irgendwo draußen aufhalten. Hier auch bei Werder passen wir alle gut auftragen, alle diese Masken und haben natürlich durch die DFL nochmal verschärftere Maßnahmen hier. War natürlich nicht leicht, vor allem dann nach den zwei Wochen nochmal einen positiven Test zu bekommen und dann nochmal eine Woche zu Hause bleiben zu müssen. Man hat sich schon einsam gefühlt, aber irgendwie hat man dann den Kontakt auch über FaceTime mit ein paar Leuten gehalten, was dann auch schon, denke ich, ziemlich wichtig war, weil man ja keinen direkten Kontakt irgendwie zu Mannschaftskollegen hatte oder irgendwie zur Familie. Natürlich bin ich glücklich, jetzt endlich mein Debüt gemacht zu haben, vor allem nach der, naja, leider Corona-Pause. Nervös war ich eigentlich gar nicht, weil ich ja, wie gesagt, schon irgendwie alles ging an der Seitenlinie so schnell, dass er irgendwie nicht mehr Zeit für blieb, besonders nervös zu werden, aber es war auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Ich habe schon, seit ich, naja, irgendwie in der U13 gespielt habe oder so, zu David Alaba aufgeschaut und dann am Ende da neben ihm zu stehen auf dem Platz gegen ihn zu spielen, war auf jeden Fall was Besonderes. Das kam dann schon wirklich schnell nach der Quarantäne, habe ich selber direkt auch nicht so erwartet, aber ja, war auf jeden Fall ein schöner Moment. Und für die nächsten Wochen erwarte ich mir jetzt nichts Besonderes. Ich werde einfach weiter Gas geben im Training und dann, ja, sehen, was dabei heraus springt. Natürlich ist mein Ziel, hier irgendwann einen Stammplatz zu bekommen, aber wie gesagt, ich versuche, mich weiter zu entwickeln, weiter Gas zu geben und dann, ja, langfristig, mittelfristig irgendwann auch einen Stammplatz hier zu bekommen. Natürlich möchte ich bei Olympia dabei sein oder auch bei der U21-EM im Sommer. Das sind natürlich meine Ziele, aber darauf arbeite ich hin und dann muss halt der Stefan Kunz entscheiden, ob er mich mitnehmen möchte oder nicht. Wie meine Chancen stehen, weiß ich nicht genau. Natürlich sollte man dann bei den nächsten Lehrgängen bei den meisten dabei sein, um bessere Chancen zu haben. Aber ja, dazu muss ich mich halt anbieten und ihm halt auch einen Grund geben, mich mitzunehmen. Ja, ich habe schon noch zu drei, vier Spielern Kontakt, also mit denen habe ich mich damals gut verstanden und wir schreiben jetzt auch noch relativ viel. Und natürlich gucke ich dann noch mit einem Auge nach Osnabrück zurück und es freut mich halt auch zu sehen, dass sie die Saison so gut begonnen haben. Und ich hoffe, dass es halt für sie auch genauso weitergeht. Und ich hoffe, dass es halt für sie auch nicht so gut geht.